Hast du noch die Needle Gun? Ja. Und los geht's. Oh, das sind viele. Das wird's ärgerlich. Houston. 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 Nein. Ich brenne Hilfe. Hallo Minecraft. Willkommen zur nächsten Folge Minecraft. Was spüren wir denn? Crash Landing. Ach ja, genau. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Oh, da ist schon wieder Spinnen. Und eine Giftspinne. Achtung. Hast du noch die Needle Gun? Ja. Und los geht's. Oh, das sind viele. Das wird's ärgerlich. Nein, ich bin ins Pyrofium gefallen. Ich bin tot. Badam. Das war ungünstig. Das war sehr ungünstig. Ah, du hast ja zum Glück einen Klon, gell? Ja. Ich hab auch nur noch drei Herzen gehabt. Also, war auch bei mir knapp. Wir wollten... Oh Gott, ich muss essen. Ich hab noch drei... Zweieinhalb Äpfel und drei andere Dinger. Nein. 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 Und dein Klon ist nicht fertig. Ich hab überhaupt... Ich hab keine Energie für einen neuen Klon gehabt. Wo kam der denn jetzt her? Ja, aber der wär auch so schnell nicht fertig geworden. Das ist jetzt unangenehm. Setzt du jetzt eine Folge aus? Oder was machen wir jetzt? Ja, auf dem Server bin ich jetzt komplett weg. Naja, ich kann dich zurücksetzen. Also, ich kann dir noch eine Chance geben. Wenn ich will. Wenn du das kannst und das willst, dann können wir das so machen. Ansonsten bin ich, äh... Raus. Hünüber. Ja. Ähm... Rausgewählt. Weil es war jetzt sehr unerwartet. Vor allem, weil du gerade erst schon gestorben warst. Ich hab den Creeper überhaupt nicht gesehen. Ich hab das Pyrofium abgestellt, damit ich an mein Grab komme und auf einmal macht... Bumm! Äh, ich lauf gerade mal außen rum und such mal... Oh, da gibt's Pfeile und eine Feder. Ne, ich bin hier jetzt gerade mal ein bisschen auf der Suche nach Zeug. Äh, was soll ich denn jetzt machen? Ähm... Das Dach ausleuchten. Ah ja, gut. Dann geh ich gleich mal hoch. Sonst haben wir, äh... Oder du, das Problem mit den Spinnen die nächste Nacht schon wieder. F7. So. So, okay. Äh, ich brauch noch ein paar Fackeln. Hatten wir... Hattest du noch Kohle gemacht? Ähm... Die hatte ich in Fackeln umgewandelt. Die liegen in meinem Grab. Okay. Das Pyrofium müsste weg sein. Guck nach. Dann kannst du das Grab ausheben. Und da sind 13 Fackeln drin. Okay. Und die, äh... Niedelgang. Ich hoffe mal, dass ich den... in der Kiste ist. Okay. Okay, das ist gut. Nahrung hab ich. Ähm, das da rein. Salz da rein. Ähm, du hattest die... Den Crescent Hammer hattest du. Häng mal wieder da dran. Okay, dann hole ich dein restliches Zeug. Oh, das reicht immer noch nicht. Hehe. Hattest du echt zu viel Zeug dabei? Ähm, ja, die Rohstoffe. Durch die vielen verschiedenen... Ähm... Ja. Das ganze Crushed-Oar aus dem Gravel, das... Genau, zum Beispiel. Ich setz hier mal noch... Das war das Problem, deswegen konnte ich das nirgends ablegen. ...die zwei Erde hin. So, ich hab alles aufgesammelt. Jetzt sollte ich hier noch schnell... Wie weit hast du denn das abgestellt gehabt? Das Pyrofium. Das hab ich oben an der Quelle, ähm... Ein oder zwei Sandblöcke hingelegt. Damit es nicht weiter runter fließt. Weil die Sandblöcke wieder weg sind, dann fließt das auch wieder. Weil das alles etwas suboptimal ist, wie wir ja gesehen haben. Ja, das merkt man immer erst im Nachhinein. Ähm... Ja, Safety ist da nicht so... Ich probiere jetzt hier nämlich gleich mal dann auch noch, ähm... Das Areal ein bisschen auszuweiten. Oh, jetzt bin ich schon wieder bei 39 Grad. Och Mann, ich hab kein Wasser. Ähm... Hast du noch Wasser da rein? Im Crucible müsste welche sein? Hol dir den Eimer im Crucible. Oder versuchst mir immer mit dem, äh... Mit dem Wasserglas. Ja, Glasflasche. Ob das geht. Ich hoffe, dass das geht. Ansonsten musst du es über den Eimer machen. Der Transposer hat Energie. Aber da hat es irgendwas weggesprengt. Äh, das komische... Ähm... Das Transferpipe. Muss die da rein? Ne, ne, ne. Das war nur ein Versuch, dass... Ach, ich muss da Laub reinlegen, ja? Ja, genau. Ich hatte das Pipe da dran, um zu gucken, ob das auch, äh... Aus dem Fass rausholt. Aber dafür braucht man den Transfer-Node. Aber da ist jetzt kein Feuer drunter. Ne. Äh, wie viel Wasser hat denn der Crucible? Müsste im Whaler stehen. Was sagt denn der? Äh, 300 oder so. Ich mach, ich mach gerade, äh, das, das Feuer wieder auf. Ja. Ähm, in den Crucible passen vier Blöcke Leaves rein. Die entsprechen, glaub ich, äh, 500 Milliliter, äh, Millibuckets. Das heißt, du musst insgesamt acht Reihen machen für ein Liter Wasser. Ne, das, äh, Bürofilm kommt. Ja, ist voll. Äh, scheiße. Dank dem Pyrofilm geht das Ganze relativ fix. Du kannst, wenn du willst, auch den, äh, den Crucible über eine Fackel stellen. Ähm. Ne, jetzt ist es zu spät. Komm, mach schneller. Haben wir gar kein Wasser mehr? Da sind noch 300, 300 drin. Aber oben war noch eine Flasche, oder hattest du... Oh, ne, die hatten wir auch schon weg. Hm. Oh, oh, es wird... Ich hab den, ich hab den Transfer Note schon gemacht. Der war für den Cobble, äh, Generator. Ne, den hab ich im, äh, im Inventar. Kannst du das unter, mach das unter das Fass. Da müsste dann, äh... Von unten. Von unten. Ja, von unten ans Fass. Da müsste der in den Crucible die Dinger reinleiten. Die Blätter. Äh. Es wird grau. Von unten, Shift-Klick. Ja. Ja. Dann ist der, der Transfer Note am Fass und das Rohr geht, äh, direkt in, in den Crucible. Und dann mit der Wasserflasche. Es geht. Sehr schön. Äh, so, Wasser. Äh, 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 warum, warum backt das hier rum? Ich hab voll den Heatstroke. 40,27 Grad. Boah. Ähm. Ähm. Aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Kannst du Holz sammeln? Okay, okay, jetzt wird's wieder besser. Ich kann nicht raus. Heatstroke. Und ich brauch gleich nochmal Wasser. Und das leckt bei mir. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm. Ich kann da kein Wasser mehr rausnehmen. Ja, das muss voll sein. 1000, äh, 1000, äh, Millibuckets. Ah, okay. An Wasser. Ah ja, okay, okay, okay. Weil eine Flasche entspricht einem Eimer, äh, entspricht einem Bucket. Also 1000 Millibuckets. Okay, äh, toll, die Leafs sind weg. Ach, die hab ich vorhin rausgemacht. Rein da. Okay. Ähm, eigentlich war ja mein Plan ganz anderer. Ach, deiner auch? Ja. Ich wollte ja hier, ähm, ein bisschen. Ach. Ey, was ich gerade an Lecks und, und Verbindungs... Toll. Der Dustblock schwebt in der... Im Himmel. Ähm, ich wollte ja hier ein bisschen die Fläche vergrößern, eigentlich. Ich setze jetzt einfach mal außen schon mal ein paar Fackeln, damit er... Auf dem Dach habe ich schon gemacht. Damit er nichts spawnt. So, und jetzt mach ich hier einfach mal wieder zu. Damit da keiner reinkommt. Wie viel kann denn der Crucible fassen? Warum ist das fast schon wieder leer? Äh, ich glaube, da passen acht Buckets an Flüssigkeit rein. Kann ich mich aber auch drücken. Ach, der hat vielleicht alles da, alles... Äh, der Transfer Note an sich fasst, glaube ich, 64, also ein Stack. Der saugt die Normalfall auf. Wenn du nur ein Stack drin hattest, dann ist der im Transfer Note. Dann machen wir da noch welche rein. Ich habe ja noch ein paar Leaves. Ja, in irgendeiner Kiste im Schiff müssten, glaube ich, noch drei Stacks oder so sein. Mach dir einfach mal komplett ins Fass. Schade. Die habe ich rein. Ähm. Jetzt wollte ich noch ein paar Bäume entpflanzen. So, vier Bäume gepflanzt. Haben wir noch hier von dem hier. Und die wachsen nicht. Doof. Trotz Baummehl. Ist irgendwas über den Saplings, was den Blick zum Himmel versperrt? Nein. Ah, jetzt ist einer da. Ah, der will nicht. Nein! Fuck, 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 fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Hau mich nicht da runter. Oh, zweieinhalb Herzen. Schnell rein. Ähm. ja anonymus hier hast du die action die du wolltest nur so nebenbei jetzt ist das zu viel ich brauche was zu essen immer hier mal reissuppe ich hoffe mal dass ich davon satt wird aber die gibt mir auch nicht mehr viel ist eigentlich verschwendung kannst du mal gucken ob du aus dem reis mehl brot toast machen kannst ja ich bin ich habe kein wasser bei 77 prozent es ist warte warte ich habe eine geile idee nein es fehlt ein holz ich habe dir gesagt wir brauchen holz ich wollte ja ich habe den baum gerade angepflanzt ich wollte jetzt ein bett machen doch geht ich habe krieg ja vier war gerade im crack tag ding dass es da bloß zwei holz gibt ach so bett rein da schlafen monstros nearby dann gehe ich nach unten ich halte den keller ich gehe jetzt den keller zum schlafen das geht lachen keller zum schlafen jetzt packt das schon wieder jetzt kennst du den hat funktioniert nicht kennst du den back wenn du im bett liegt sondern immer so auf und nieder springst also jetzt hier in minecraft ja wenn du das in real life hast dann würde ich mal zum arzt gehen nachdem kann das ja auch geplant sein dass auf und nieder springen aber epileptische zukunft ok türe auf spinne war ja klar jemand und was hat denn mehr fünf attack ok also mit der holzachs drauf auf die viecher oder ist eine kleine spinne klar die sind so blöd die kommen auch nicht runter wenn sie wenigstens runterkommen würden könnte ich schlagen da ist okay die oder doch die kommt rein ich habe dich geschlagen gelegt okay eine große spinne war dann noch irgendwo glaube ich phil balls kann ich mich unter den baum stellen da kann sich auch hin ja und bis hin geh avaient sie hab sie hat sie getötet ich habe sie getötet ihm ist jetzt im hohen diese über eine sein. Zwei Flaschen. Na ja, mal hin. So, da gibt es auch noch Laub. Okay. Als Baum mache ich noch ein bisschen Holz. Hau das noch in den Ofen. Komm, geh weg. Was wollte ich mit dem Holz? Ich hatte gerade irgendwas im Kopf, was ich mit dem Holz machen wollte. Kisten eventuell? Ne, das finde ich jetzt gerade unnötig. Fackeln? Fackeln auch nicht. Kohle? Kohle zum Verbrennen. Ich habe hier eine Kohle. Da habe ich jetzt mal acht Holzdinger rein. Genau. Ich weiß nicht mehr, wofür ich das Holz wollte. Einfach auf Halde. Werden wir schon wieder verwenden müssen. Ja. Gut. Das Laub mache ich noch da rein. Nein. Wo kommt, wo, hallo? Es ist Tag. Habe ich mir eben auch gedacht. Es ist Tag. Und da ist ein Gast mit einem Zombie drauf. Nicht angucken. Nicht angucken. Mal rein da. Ähm. Puh. Äh, ich würde sagen, das war's für heute. Dann stehe ich hier noch ein Herzkasper. Ähm. Ja. Ich werde gucken, dass Melia wieder zu uns stößt hier, äh, auf Crashlandings, weil, ja, zu zweit hat es doch ein bisschen mehr Spaß gemacht, würde ich sagen. In der Tat. Ja. Bis dahin. Ciao. Minecraft. Bye. Bye.